Hallo liebe German Market Freunde, ich bin Lars vom Marketplace Team und zeige euch in diesem Video die neu in German Market integrierte Zahlungsschnittstelle SEPA Lastschrift. Dazu klickt ihr bei WooCommerce, Einstellungen, auf Kasse und dann findet ihr dort die SEPA Lastschrift. Da findet ihr jetzt einige Optionen, die ihr setzen könnt. Da seht ihr hier die Bezeichnung, eine Beschreibung. Diese Beschreibung ist jene, die dem Kunden beim Checkout, wenn er seine Daten eingeben müsste, an dieser Stelle hier dargestellt wird. Die könnt ihr aber auch, wie ich, einfach freilassen. Die Anweisung sieht der Kunde dann in seinen E-Mails und auf der Seite, wenn er die Bestellung fertiggestellt hat. In den nachfolgenden Feldern gebt ihr eure Bankdateninformationen ein, sowie eure Gläubigeridentifikationsnummer. Hier gebt ihr den Text für das Lastschriftmandat ein. Weiterhin könnt ihr einstellen, ob euer Shop-Besucher dem Mandat zustimmen muss und welcher Text an der Checkbox erscheinen soll. Die Mandatreferenznummer wird automatisch generiert, anhand der Bestellnummer. Dazu ist dieser Platzhalter hier da. Wenn ihr das Rechnungsnummern-Add-on aktiviert habt, könnt ihr auch die Rechnungsnummer als Platzhalter hier verwenden. In den E-Mails könnt ihr einstellen, ob die IBAN des Kunden komplett angezeigt wird oder nur die letzten drei, fünf, vier Ziffern und welches Zeichen zur Maskierung der anderen Zeichen verwendet werden soll. Die Daten in der Bestellung, also die IBAN, BIC des Kunden und die Mandatreferenznummer können verschlüsselt gespeichert werden. Dazu müsst ihr in eurer WP-Config zum Beispiel dieses hier hinzufügen und dann könnt ihr hier eine beliebige Phrase eingeben. Und dann, wenn ihr dann eure WP-Config gespeichert habt, ist es möglich, in dieser Einstellung die Daten verschlüsselt zu speichern. Wenn ihr einmal eine so eine Phrase eingestellt habt, solltet ihr die nie wieder löschen oder ändern, denn sonst könnt ihr die anderen Daten, die mit dieser Verschlüsselung gespeichert wurden, nicht mehr lesen. Hier könnt ihr noch den Bestellstatus einstellen, wenn die Bestellung fertig ist. Die haben wir auf Fertiggestellt gesetzt. Wenn ihr wollt, könnt ihr eine Gebühr dafür erheben. Hier könnt ihr noch E-Mail-Einstellungen tätigen. Der Kunde bekommt dann eine separate E-Mail noch einmal mit dem Lastschriftmandat. Da könnt ihr Betreffzeile, Kopfzeile und den Typ, ob HTML oder Klartext, einstellen. Das XML-Format, das Paint-Format, benötigt ihr dann für den XML-Export. Ein Kunde gibt jetzt hier im Checkout seine Daten zur Seepalastschrift ein. Anschließend findet ihr unten hier, hiermit erteile ich das Seepalastschriftmandat. Mit einem Klick darauf wird die Vorschau des Mandats geöffnet. Wenn ihr dann auf Weiter gehen will, ich habe jetzt hier Beispieldaten eingegeben, werden diese Daten noch verifiziert. Und man sieht, ich habe keine gültige IBAN und BIC eingegeben. Wenn man gültige Daten eingibt, kriegt der User noch separat das Seepalastschriftmandat per E-Mail. Diese E-Mail sieht dann zum Beispiel so aus und wie ihr sehen könnt, ist die IBAN dann hier an dieser Stelle maskiert. Wenn ihr nun in der Bestellübersicht seid, ruft ihr eine Bestellung auf, die mit Seepalastschrift bezahlt wurde. Und wenn ihr jetzt hier auf Bearbeiten der Rechnungsdetails klickt, könnt ihr die Daten nochmal einsehen und auch bearbeiten. Jetzt liegt es noch an euch, diese Daten eurer Bank zu übermitteln. Dazu haben wir eine kleine Hilfe für euch. Ihr könnt hier die Bestellung markieren, die ihr als XML-Datei exportieren wollt. Dann wählt ihr das hier aus, Downloadseepa.xml und klickt auf Übernehmen. Anschließend wird eine XML-Datei geliefert, die ihr dann zum Import bei eurer Bank nutzen könnt. Das war es dann auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Tschüss!